Wenn er Verstand hätte, könnte man mit ihm verhandeln. Wenn er einen Körper hätte, könnte man auf ihn schießen. Wenn er ein Herz hätte, könnte man ihn töten. Jetzt hat der Mensch seinen Planeten nicht mehr in der Gewalt. Der Organismus entwickelt sich in geometrischen Verhältnissen. Wenn wir das hochrechnen, ist er inzwischen um ein tausendfaches größer geworden. Niemand will mir glauben, was heute Nacht passiert ist. Was ist denn passiert? Du hast es gesehen, du warst dort. Eine plasmische Lebensform, die ihre Opferjagd. Ein Raubtier. Ich will den Organismus leben. Jetzt wird das Ding erst richtig sauer. Der Bluff.